Deutsche Wohnen darf GSW übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der GSW Immobilien AG durch die Deutsche Wohnen AG genehmigt. Das bestätigte ein Sprecher der Wettbewerbshüter. Die Deutsche Wohnen teilte mit, die Freigabe sei am vergangenen Freitag erfolgt. Das Unternehmen will den Kauf mit einer Kapitalerhöhung ermöglichen. GSW-Aktionäre sollen ein Umtauschangebot erhalten. Das fusionierte Unternehmen wäre mit 148.000 Wohnungen und einem Börsenwert von rund 4 Milliarden Euro die neue Nummer 2 unter den privaten Wohnimmobiliengesellschaften in Deutschland.